Hallo, ich bin die Ekin Özcan. Ich bin 22 Jahre alt und zurzeit mache ich mein Bachelorstudium an der Hans Eisler bei Walter Köstner. Also mit diesem Video bewerbe ich mich auf ein Masterstudium, hauptfach Pratsche an ihrer Hochschule. Mein Programm lautet Hoffmeisterkonzert erster Satz mit Kadenz, Viotam Capriccio und die Sarabande und Gavotte aus der 5. Bach Suite. Vielen Dank fürs Zuhören. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020